Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es mal nicht um eine Börse oder irgendwelche Updates zu Bitcoin. Heute schauen wir uns wirklich mal eine ganz andere Sache an und zwar das Thema Steuern. Steuern ist natürlich so ein Thema, weiß ich, ist immer so, ja, Steuern bei Krypto und so ist ein schwieriges Thema. Wie versteuert man vor allem? Das soll euch das Video jetzt nicht unbedingt zeigen. Also wenn ihr da mehr erfahren wollt, sag ich mal, geht auf jeden Fall zu einem Steuerberater oder zum Finanzamt bzw. erkundigt euch da. Heute geht es wirklich darum, wie trackt man seine Kryptos bzw. wenn man tradet, wenn man Spot handelt, wenn man hodelt oder so. Wie gibt man das bei der Steuer an bzw. welches Tool vereinfacht ist. Und dafür würde ich euch heute auf jeden Fall mal Cointracking vorstellen. Cointracking habe ich euch ja schon öfters auch mal in der Telegram-Gruppe vorgestellt, dass ich das auch persönlich nutze. Ist, finde ich, die Börsen, die es unterstützt vom Umfang her und von den Preisen her, werden wir uns das jetzt alles mal ganz genau angucken. Ich bin davon überzeugt, deswegen stelle ich euch das vor. Es ist natürlich keine Werbung, also ich werde hier nicht dafür bezahlt. Es ist einfach, weil es sich viele gewünscht haben. Deswegen würde ich sagen, fangen wir sofort an. Also im Endeffekt, Cointracking ist ein geiles Tool für eure Steuererklärung, was euch das natürlich viel, viel einfacher macht, es bei der Steuer einzugeben, weil es einfach alles trackt. Und ihr das dann einfach eurer Steuer beilegen könnt. Für den Anfang erstellt ihr euch ganz normal einen Account. Ich habe jetzt hier einfach mal einen Fake-Account, also ist jetzt nicht wirklich hier. Habe ich hier einfach einen Account angelegt, gebt einen Usernamen ein, eure E-Mail-Adresse, Passwort und schon seid ihr dabei. Wenn ihr das gemacht habt, geht es los. Im Endeffekt habt ihr dann hier dieses Interface, also das ist das sogenannte Dashboard. Hier könnt ihr dann eure Coins eintragen. Ihr könnt es manuell machen, würde ich euch natürlich nicht empfehlen, weil ich glaube, vor allem wenn ihr tradet oder Spot handelt, möchtet ihr keine 100.000 Coins manuell eintragen. Ist aber möglich, also auch wenn ihr nur ein Trade oder so hattet das Jahr über, Kauf und Verkauf, könnt ihr das manuell machen. Aber ihr habt natürlich auch die Möglichkeit, das über CSV, also so Excel-Tool-mäßig, das einzutragen oder per API. Dafür stehen euch eine Menge, Menge Börsen mittlerweile zur Verfügung. Also Cointracking ist auch hinterher immer, immer mehr Börsen ranzukriegen. Also man sieht hier vor allem für den Anfang haben viele ja auch Bison, habe ich öfters gehört. Binance natürlich hier, da könnt ihr dann auch noch auswählen, CSV oder API, kommen wir gleich nochmal dazu. Bybit vor allem, Femex, also so die größten Börsen habt ihr hier. Sogar relativ neue, Gate.io ist ja auch mittlerweile nicht mehr so ganz unbekannt. Swissberg habt ihr, also ihr habt hier eine Menge, Menge Möglichkeiten, eure Börsen tracken zu lassen, oder was heißt tracken, eure ganzen CSVs oder APIs hier rüber zu tragen. Finde ich auf jeden Fall super, hat auch mit, finde ich, die meiste Auswahl, auch weil es relativ einfach ist. Gut, dann natürlich könnt ihr auch Wallet import, also Bitbox, Ledger, also ihr habt hier eine Menge Möglichkeiten, wenn ihr eure Coins auf irgendwelchen Wallets drauf habt, wie zum Beispiel auf einem Ledger, das auch tracken. Also ganz einfach dann CSV-Import. Also euch wird das auch hier immer gleich angezeigt, was ihr hier importieren könnt oder was gewünscht wird. Legacy-Importer für geschlossene Börse, Bitcoin24, Robinhood, also das sind auch Börsen, die ich noch nie in meinem Leben gehört habe. Aber es wird auf jeden Fall eine Menge, Menge angeboten, was auch sehr wichtig ist, weil man kennt es, man hat 100.000 Börsen, auf denen man sich registriert hat und dann natürlich, ja, braucht man auch irgendwie so ein Steuertool, wie Cointracking, welches euch das natürlich bietet, das meiste zu tracken, weil ich sie auch gerade hier sehe. Cake DeFi, aber Cake DeFi hat auch so ein eigenes Steuerprogramm auch noch mit dazu, das heißt, wenn ihr bei Cake DeFi, also bei DeFi registriert seid, die haben auch nochmal so einen Steuernachweis, könnt ihr aber dann natürlich auch noch zusätzlich, um eine All-in-One-Lösung zu haben, bei Cointracking hinterlegen. Jetzt mal als Beispiel, habe ich mir jetzt zum Beispiel bei Bison das rausgesucht, ihr klickt dann einfach hier, auf Bison drauf, dann gelangt ihr hier auf diese Seite und Cointracking stellt euch genau vor, was ihr tun müsst. Das heißt, ihr öffnet die Bison-App zum Beispiel, zweiter Schritt geht zu Konto, Berichte, Transaktionsverlauf, wähle die Jahre aus, erstelle die Datei, du hältst diese per E-Mail und dann lade diese CSV-Datei hier hoch. Fertig. Also euch wird hier auch Schritt für Schritt erklärt, was ihr zu tun oder was ihr zu lassen habt. Das ist wirklich easy, dann klickt ihr eigentlich nur noch auf Datei auswählen, die ihr dann heruntergeladen habt, fügt die da ein und schon sind die ganzen Coins bei euch dann hier, wo wir gerade gesprochen haben, auf diesem Dashboard hier hinterlegt. Was natürlich sein kann, weil das auch schon die Frage in der Telegram-Gruppe war gestern, warum die Coins im Minus sind. Beispiel, ihr habt jetzt zum Beispiel beim All-Time-High gekauft, jetzt ist der Kurs natürlich momentan 43.000, 44.000 US-Dollar rum, dann wird natürlich euer Gesamtwert an zum Beispiel Bitcoin im Minus angezeigt. Aber nicht wundern, also Cointracking, das ist halt einfach die Übersicht, es wird dann im Minus angezeigt, weil ihr natürlich vom All-Time-High bis zum jetzigen Kurs ungefähr 30, 40% im Minus seid. Völlig normal, hat aber keine Auswirkungen auf eure Steuererklärung. Nächstes Beispiel, Femex. Femex auch ganz easy. CSV Spot Trading Import, CSV Contract Funds Import. Also euch wird hier eine Menge, Menge angezeigt. Hier, Femex gewährt Zugriff auf folgende Daten, Trades, Einzahlungen, Auszahlungen, Gebühren. Dann steht auch drin, wie ihr da wieder hinkommt, welches Spot Trade Data, CSV, also und was wichtig ist, was auch nicht zu unterschätzen ist, weil Femex ist ja auch Deutsch, also ihr könnt ja Deutsch in Englisch einstellen oder halt auch mehrere Sprachen, da ist es dann wichtig zum Beispiel in Englisch das zu machen. Wir können jetzt auch mal zurückgehen, zum Beispiel Binance, CSV Import, wird euch alles haargenau erklärt. Also ihr könnt da überhaupt nichts falsch machen. Was da drüben noch wichtig ist, vielleicht zum Beispiel bei CSV, ist zum Beispiel Provision hinterlegt, also wird von Cointracking übernommen. Wenn ihr jetzt API hier macht, zum Beispiel in X, wird nicht übernommen. Also es ist wirklich easy, dieses Tool zu benutzen. Für jeden ist auch echt anfängerfreundlich. Also es wird euch Schritt für Schritt gezeigt, was ihr hier zu machen habt. Und dann wird es einfach in Dashboard hier dann auch hinterlegt. Also wirklich Bombe. Hier seht ihr das dann, Gesamtwert aller Coins, Gesamtwert aller Rohstoffe, Gesamtwert aller Währung. Es wird hier alles Schritt für Schritt aufgezeigt. Deine Timeline, da stehen dann auch nochmal alle Trades drauf. Was hast du gekauft, was hast du verkauft, Bilanz nach Tagen. Also es ist wirklich, wirklich übersichtlich. Deswegen nutze ich das auch. Ich habe auch dieses Jahr meine Steuererklärung damit gemacht. Und deswegen empfehle ich das euch auch. Gut, dann um es mal, so jetzt gehen wir auf den Tax Report. Da gelangt ihr einfach hier auf Steuer Report. Dann geht ihr auf Steuer Report. Da seht ihr dann eure ganzen Trades, zum Beispiel fürs Jahr 2021. 2021, dann könnt ihr unten noch einstellen. Da müsst ihr dann euer Land auswählen. Machen wir jetzt mal hier. Wo haben wir denn Deutschland? Achso, ist wahrscheinlich in Englisch. So, Germany. Wählen wir dann aus. Dann könnt ihr euch für eine Methode entscheiden. Wichtig, also ich will jetzt hier keine Steuerberatung machen oder sonst was. FIFO First In, First Out. Das heißt, euer erster Kauf wird dann halt auch so gewertet. Heißt, First In, First Out. Wenn ihr Bitcoin jetzt am 01.01. verkauft habt, gilt auch die Halterfrist dann ein Jahr. Aber dafür fragt wirklich euren Steuerberater oder euer Finanzab, wie das gehandhabt wird oder für welche Methode ihr euch entscheidet. Mein Stand ist auf jeden Fall, wenn ihr euch mal für eine Methode entschieden habt, zum Beispiel First In, First Out oder Last In, First Out, muss das auch so bleiben über Jahre. Ist mein Stand, müsst ihr natürlich dann selber abklären beim Steuerberater. Ich sage euch jetzt nur, wie mein Wissensstand momentan ist. Dann ist noch wichtig, Steuern und Gewinn berechnen oder nur den Gewinn berechnen. Steuern und Gewinn berechnen ist dann ein bisschen kompliziert, weil ihr wissen müsst, welchen Steuersatz ihr habt. Deswegen würde ich nur den Gewinn berechnen, weil Steuern, wenn ihr eure Steuererklärung dann abgebt, wird es dann sowieso nochmal gemacht. Also da würde ich euch empfehlen, den Punkt hier auf nur den Gewinn berechnen. Dann Long Term 12 Monate, Cointracking bietet euch sogar noch Steuerberater, die sich auf Krypto und sowas spezialisiert haben, da Kontakt herzustellen. Also auch cool, dann müsst ihr einfach noch das Steuerjahr auswählen. Ihr könnt für 2021 oder 2022 das machen. Also es wird euch hier wirklich alles vorgenommen, beziehungsweise vorgelegt, was ihr machen müsst, was ihr auswählen müsst. Das ist wirklich easy. Im Endeffekt klickt ihr dann nur noch auf Neuen Steuerreport generieren und schon habt ihr euren Steuerreport mit. Ihr könnt dann auswählen, entweder nur, wo alles aufgelistet ist, mit Gewinnen, Verlusten, welche Trades und so. Also es können dann schon mal einige Seiten sein. Aber keine Sorge, das könnt ihr dann normalerweise, mein Stand, also mein Stand, könnt ihr das dann einfach so auch dem Finanzamt oder eurem Steuerberater übergeben. Ansonsten habt ihr dann auch noch die Möglichkeit auszuwählen, ob euch gleich dieses Steuerformular noch mit hinterlegt werden soll, ist auch eine Möglichkeit. Am besten einfach beides dann machen und beides dann weitergeben. Gut, also ihr seht, es ist wirklich ein einfaches Tool. Es erklärt sich alles selber, Blockchain-Import, also ihr habt auch hier oben wirklich alles, wo ihr nachgucken könnt. Account, Affiliate-Programm, was weiß ich, was euch da interessiert, es ist wirklich easy. Support habt ihr auch noch, könnt ihr dann kontaktieren, wenn eure Fragen da sind, FAQ und sowas, ist alles hinterlegt. Jetzt zu dem wichtigsten Punkt, Preise. Weil das ist auch so ein Punkt, die Steuertools geben sich da eigentlich relativ wenig. Wichtig ist, wenn ihr jetzt zum Beispiel ganz, ganz wenig tradet. Hier steht die ersten 200 Transaktionen sind kostenlos. Transaktionen heißt Kauf und Verkauf. Das heißt, ihr macht einen Trade auf, das zählt als Kauf. Wenn ihr den Trade dann schließt, ist es ein Verkauf, somit zwei Transaktionen. Und das heißt, ihr habt so eine Hausnummer, wenn ihr 100 Trades im Jahr macht, also wirklich 100 Trades, reicht euch absolut die Free-Version. Ihr könnt aber dann auch, wenn ihr in der Free-Version seid, ihr schließt die Free-Version ab, ist ja kostenlos. Wenn ihr die dann habt und dann immer mehr importieren wollt, wird euch das angezeigt, hey, auf das und das Level musst du dann upgraden. Entweder auf Pro, Expert oder Unlimited. Was noch gut zu wissen ist, vor allem bei der Free-Version, ihr könnt keinen API-Import machen. Ist natürlich wichtig, zum Beispiel bei Bybit habt ihr einen API-Import, da könnt ihr keinen CSV-Import machen. Deswegen, da lohnt sich dann schon eher die Pro-Version. Ihr seht auch hier unten jetzt mal die Preise. Ein Jahr würde jetzt kosten 8,99 im Monat. Also, was sind wir denn da, 108 Euro, schieß mich tot. Ich will jetzt nicht was Falsches sagen, auf jeden Fall 8,99 im Monat, wird aber jährlich abgerechnet, also hochgerechnet. Wenn ihr jetzt bei Expert seid, da habt ihr dann 20.000 Transaktionen. Ihr seht hier CSV, PDF, HTML, was weiß ich. Ihr habt genug Möglichkeiten, 13,99 im Monat oder Unlimited. Das heißt, so viel, wenn ihr wirklich Full-Time-Trader seid. Mit 40.000, 50.000 Transaktionen vor allem, weil das auch so ein Thema war mit Bot-Trading. Bot-Trading, die traden ja ununterbrochen. Und da bietet sich dann natürlich Unlimited an, kostet halt auch 45 Euro im Monat. Wie ihr das ein bisschen umgehen könnt, zum Beispiel, ihr schließt jetzt zwei Jahre zum Beispiel ab, dann wird auch die Gebühr weniger. Also, wenn ihr wisst, okay, ihr seid mit Cointracking zufrieden, könnt ihr auch zwei Jahre machen oder lebenslang, dann habt ihr hier zum Beispiel eine Einmalzahlung von 349 Euro. Also, finde ich nicht viel, so nach drei bis maximal vier Jahren oder vier Steuererklärungen habt ihr das raus. Es sind jetzt keine Unsungen. Klar, ihr habt bei Unlimited 4.349 Euro lebenslang. Ob sich das da lohnt, ist mal dahingestellt, das muss jeder selber wissen. Dann könnt ihr auch verschiedene Zahlungen machen. Hier, Bitcoin, Paypal. Also, es wird euch so viel hier angeboten. 5% Rabatt für Zahlungen in Bitcoin. Weiß nicht, ich würde es persönlich nicht machen, einfach weil ich meine Bitcoin halte. Aber ansonsten, es ist wirklich easy. Was jetzt noch wichtig ist, ihr würdet jetzt über meinen Link unten, den habe ich euch in die Videobeschreibung unten reingepackt, nochmal 10% Rabatt kriegen. Auf euer Abo, was ihr da abschließt. Also, vielleicht auch interessant, einfach nochmal von diesen 8,99, wenn ihr das ein Jahr macht, nochmal 10% abwählen und auch nochmal 90 Cent rum. Wer es machen möchte, der Link ist unten in der Videobeschreibung. Damit unterstützt ihr mich. Aber ihr habt natürlich auch davon was. Gut, damit würde ich sagen, war das so die Vorstellung. Ihr seht, es ist wirklich ein easy Tool. Es bietet euch sehr viel. Ich finde es auch für den Preis human. Also, wenn man jetzt da mal fair ist, sind es knapp 100 Euro für Pro-Variante oder einfach, wenn ihr nur ganz, ganz kleine Hodler seid oder Spot-Trader oder sonst was, lohnt sich das einfach schon. Ihr habt eine Menge Börsen hier, also jede Börse ist hier fast hinterlegt. Wenn ihr Support-Fragen habt, einfach einen Support-Fragen, mich fragen, kein Problem. Ansonsten, wie gesagt, es ist ein einfaches Tool. Mir gefällt es vom Interface her. Es ist einfach. Ich bin mit dem Steuer-Report zufrieden. Es wird alles geboten. Es ist alles übersichtlich dargestellt. Ihr könnt auch jederzeit, wenn ihr zum Beispiel eure Steuererklärung ein bisschen eher macht und dann doch noch einen Trade habt, könnt ihr alles nochmal löschen. Also, alles auf Null resetten in diesem Dashboard zum Beispiel und dann nochmal alles neu eintragen. Also, ihr seht, es ist nicht, wenn ihr jetzt, oh nein, ich habe jetzt was vergessen, dann könnt ihr es einfach wieder neu hinterlegen. Also, kein Problem. Ansonsten wünsche ich, ich hoffe, ich habe euch da noch ein bisschen weitergeholfen, beziehungsweise einen Einblick gegeben in CoinTracking. Alle Fragen sind beantwortet, wenn nicht, schreibt unten in die Videobeschreibung einfach rein. Wenn ihr Fragen habt, dann kann ich es auch gerne weitergeben nochmal. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und wie immer, stay crypto. Vielen Dank fürs Zuschauen.